Lauf. Dann haben wir hier bald mal alles. Soweit fertig. Sieht jetzt mit meinem Schiff aus. Kann ich es produzieren? Ja, ich könnte fast. Komm, du gehst in Pause. Am Ende kannst du nicht lang rum. Dann kann ich einen von denen in die Pause schicken. Nein, ich brauche wirklich die Kohle. Unbedingt. So. So, jetzt kommt die Kohle-Mine. Die Kohle-Mine, 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 Kohle-Mine. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da ist sie ja, da ist sie ja, da ist sie ja. So, was brauche ich denn? So. Geht doch. So, noch eine Straße. Habe ich ja eh bald alles. So. Aber jetzt muss man endlich die Stahlproduktion hier aus dem Arsch kommen. Ja, 26. Geht doch. Ich brauche noch Bauzellen. Na super, 20 Stück. Haben wir ja eh gleich. 17 haben wir. 18, ah, ich glaube ich muss noch so eine Bauzellenproduktion hier hinpflanzen. Weil sonst wird das auch nix. So. Na, nicht genug Baumaterial. Wenn ich, wie ich das Wort mittlerweile hasse. so. Zack. Oh, 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 oh. Bauzellen, so. Geht doch. Die Produktion kommt zumindest überall mal in Schwung. So, jetzt haben wir 20 Bauzellen. Und ich kann das Schiff produzieren. Ja, natürlich. Wie immer. Komm, eine Bauzelle. So, jetzt habt ihr Strom. Dann geht das auch endlich mal. Jetzt muss ich kurz mal auf die Uhr linsen. Wie spät wir es haben? Ich nehme auch schon eine hübsche Zeit jetzt auf. Finde ich aber auch nicht so übel. So, ich stelle mal kurz leise. Muss einen Schluck trinken, weil ich säusel mir hier die Stimme so. Frisch getrunken, dann geht es auch wieder besser. Wart mal, jetzt muss ich hier das Mike ein bisschen zurechtrücken. Das ist ein bisschen im Weg gewesen für den Mund und so. 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 Ich bin froh, dass wir diese Flotte haben. Na, endlich. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir sie nicht brauchen. Okay. Gute Neuigkeiten. Wir haben im Code des Computer-Virus eine Schwachstelle entdeckt. Ein Ansatz für den Antivirus. Wir müssen diese Informationen schnell aus der Stadt schmuggeln. So, okay. Warnung. Nicht autorisiertes Schiff nähert sich der Stadt. Äh, ho? Registriere aktiven Computer-Virus an Bord. Gegenmaßnahmen empfohlen. So, wo ist das Schiff? Was, zerschören Sie die infizierten Schiffe, bevor es... Bevor es ihr Konto erreicht. Ja, super. So. Ja, Spiel gespeichert. Ruckelt hier kurz rum und dann... Nein. Das war nix. Es gibt keine Probleme. Nur Lösungen, nicht wahr? Genau, genau. So ist es. So. Und jetzt weg hier. Vater darf sie damit nicht erwischen. Was bringen? Ich bin Vater. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Was gefällt mir nicht? So, wie sieht's aus? Gut. Sehr gut. Und wieso schreit hier immer mein Handy rum? So. Na, Schiff. Bewegt dich. So. Nicht, dass ich hier irgendwo verkehrt bin. Bring sie das da noch. Delta-Komplex. Ohne das Faser-Drohne sie entdecken. Oh, super. Wird sehr einfach. Du bleibst mal kurz stehen. Diese Einheit ist ersetzbar. So. Jetzt kommst du hier. Und stellst dich hier hin. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich die hoffentlich zerlegen kann. So, komm. Nein, mit dem nicht. Kampfdrohne. Kampfdrohne. So, jetzt muss ich das hier irgendwo durchbringen. Ohne, dass ich entdeckt werde. Ist gar nicht so einfach. Nein. Das ist jetzt aber fies. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Ja, schön. Mehr Hilfe werden wir nicht bekommen. Nun sind sie dran. Entwickeln sie das Antivirus und machen sie schnell. Äh, wo ist sie? Wo ist sie denn? Scout. Sprengsatz. Sprengsatz. Ja, ich such's Antivirus. Ich bin doch schon... Ah, Antivirus. So. Ich kontrolliere die Verteidigungsanlagen der Stadt. Eindringen ist zwecklos. Äh, ja. Was ist jetzt? Setzen Sie Faser mit dem Antivirus aus der Gefecht. Durchbrechen Sie Fasers Verteidigung. Verteidigung. Wie sieht seine Verteidigung aus? Das gefällt mir gar nicht. Durchbrechen vielleicht. Hm. Muss ich gucken. Muss ich gucken. Items. Jetzt gehe ich noch her. Speichert sicherheitshalber. Spiel speichern. Nicht, dass hier Fehler passieren. Sonst habe ich hier Probleme. Speichern. Spiel gespeichert. So, danke. Danke. Das ist der erste, den ich töten muss. Die Drohne ist aktiv. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So wird das irgendwie nix. Ne, muss ich zurück. Muss ich taktischen Rückzug antreten. Das wird so nix. Das wird leider nichts. So. Habe ich noch andere Kriegsschiffe. Frachtschiff. Cargoliner. Hovercraft. So, du lässt dich lieber mal reparieren. Funktioniert ja nicht anders. So, mal in die Forschung gucken. Vielleicht haben wir da ja was für mein Schiff. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Sorgt für die nötige Umdrehung. Verbessert das Fahrzeug, auf dem es benutzt wird. Hm. Sorgt für die nötige Umdrehung. Jetzt nehme ich das Ding noch mit. Das dürfte einiges erleichtern, glaube ich. Modulentwicklung abgeschlossen. Äh. Wie wäre es mit reparieren? Wie kann man aber auch Platz sparen, der Stapel? So, das ist was anderes. Scheiße. Kann ich jetzt mein Schiff gar nicht reparieren? Egal. Nein, falsches Schiff. Von dem runter. Nein. Na. Darf ich das Ding nochmal erforschen? Wie lange hält denn das an? 50 Sekunden. Ah, fuck off. Komm, nochmal so ein Ding. Danke. Für was sind denn meine Forscher da? Warnung. Produktion gestoppt. Welche Produktion ist denn schon wieder gestoppt? Hier oder was? Hier oder was? Ja, könnte sein. So. Mache ich hier mal wieder auf. Und hoffe ich, dass es funktioniert. Dann hoffe ich, dass es funktioniert. Ich kann es nicht reintun. Scheiße. Hilft nicht, hilft nicht. Dann muss ich es halt mit dem verschicken. Jetzt komm hier. Ach, scheiß drauf. Jetzt probiere ich es einfach, hier durchzukommen. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Das muss ich wohl.